Marc ist Werbetechniker. Er stellt vielfältigste Werbemittel her. In seiner Produktion schlummert viel Optimierungspotenzial. Viele Abläufe könnte er automatisieren. Den Zuschnitt hat Marc bereits mit einem Zündcutter automatisiert. Was er noch nicht wusste, mit den Software-Tools von Zünd kann er auch die Arbeitsschritte vor und nach dem Zuschnitt optimieren. Heute verwaltet Marc Schneidaufträge über das Zündcutcenter. Die Software unterstützt ihn während des gesamten Workflows vom Angebot bis zum Versand. Seine Werbemittel für den POS erstellt Marc einfach und schnell mit dem Zünd Designcenter. Seine Kunden sind von den 3D-Ansichten begeistert. Druckvorstufe und Produktionsvorbereitung wickelt er über Primecenter ab. Das spart Marc Zeit und Geld. Geschnittene Teile versieht Marc dann mit einer Etikette oder einer Abreißlasche. So weiß er jederzeit, zu welchem Kunden oder Auftrag die Teile gehören. Das Monitoring-Tool ZündConnect überwacht die Effizienz und zeigt Optimierungspotenziale seiner Cutter auf. Dank der Systemlösung behält Marc den Überblick und weiß, dass er jeden Auftrag zur vollsten Zufriedenheit seiner Kunden ausführen kann. Setzen auch Sie auf Softwarelösungen und digitalen Zuschnitt von Zünd.